Hallo und herzlich willkommen zurück zur Runde Rumble in Rockeleague. Hallo. Grüß dich. Jannik und Nico. Grüß dich lieber Zuschauer. Nico. Hey, ich hab ja gesagt Nico. Sorry, Spaß. Spaß. Genau in dem Moment, willst du? Achst du, du spielst die Gegend? Ja, ich mach erstmal ein Eigentor, oder? So läuft's. Wofür haben wir? Ja, okay. Der hat den eh reingemacht oder sowas. Egal, was ich mache. Stimmt. Oh, der nächste. Auf geht's, auf geht's. Ich sacke gerade. Easy. Wollen wir runter? Ja. Mädels, was ist hier los? Was ist denn los, Schnucki? Alle drei. Alle drei. Alle drei. Easy game. Doch. So ist das Leben, ne? So ist das Leben, ne? Nee. Ja. Von mir jetzt erster da dran. Ah, schöner Leck am Start. Eskalation. Da ist die eine große Hand vor. Jetzt leckt's bei mir. Nee, was machst du da? Nicht in Position bringen, um den scheiß Handschuh zu machen. Du, Spaß. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, ich fahr. Ja, ich fahr nicht. Wer macht das? Nein, er wurde eingefroren. Oh. Oh, oh, oh. Hau mal dran, Junge. Ah. Komm hier mit. Komm, 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 komm. Komm hier lang. Ja, ja. Nein, wer friert ihn? Nein, Hundesohn. Der hat hier reingefroren. Oh nein. Leute, was fährt er? Ah, du wurdest geboostet. Wollt gerade sagen. Alter. Guck dir das an. Weißt du, portet sich ja nicht voll gut. Und dann wird er geboostet und fährt gegen mich, außer sehen. Erstmal mit ins Tor, Alter. Ich hab den Pferd, ich hab den Pferd, ich hab den Pferd voll gut da rein. Nick, was ist los? Musstest du fahren? Ja, ich wollte gerade sagen. Du musstest aber fahren. Ja, ich bin da gefahren. Guck doch, hast du das gesehen? Ja, aber viel zu spät. Ich bin weit, Alter. Ich muss losgefahren, Alter. Du leckst halt übelst. Ja, ja, komm, du leckst. Mir hat er eben gerade geleckt, wenn er ausgerastet ist. Drin? Ne. Oh, scheiße. Scheiße, das war mit... Was war das denn jetzt? Janik hatte die Faust. Ja, ich hatte die Faust auch. Gar keine Faust, Alter. Ach so, Janik hat es eigentlich nur gemacht. Natürlich hast du die Faust gehabt. Das sieht es doch gar nicht. Janik, Janik, Janik. Ja. Ja. Hab ich. Wettmann schaltet man hier eigentlich auf beiden Seiten. Läuft hier auf jeden Fall richtig gut. Als vier, Alter. Ja, ich habe ja gerade den Boost bekommen. Alter. Wir werden halt so hart abgefertigt, ne? Das ist unglaublich. Hab ich das eintrunken? Ja, ich bin es ja gut. Nein. Oh ja, dann lassen. Doch, die Faust war von mir. Hä, nein. Kann ja nicht sein, oder? Warum? Echt jetzt? Ich habe gerade bei der Hand, bei der Fuß. Vollidiot. Alter, Alter. Ich glaube, halt nicht. Da, Easy. Erstmal den Schuh her. Kann man noch drehen, ist kein Problem. Das ist locker. Drehen das easy. Ja, ist ja erst die Hälfte rum. Habe ich. Nice. Nee, nee, komm. Hüpp, hüpp. Ja! Easy game, Alter. Werden es abgefertigt hier. Ah, dann gönne ich mir das nochmal. Ball. Easy game. Oh, nee. Hä? Oh. Ja. Wieder über alle. Du, bei alle. Und die haben wirklich... Ah, 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 ah. Ja, jetzt. Ah, 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 ah. Hauptsache, wir haben gerade innerhalb von, glaube ich, 20 Sekunden oder sowas die Elfte vom Spielstein wieder aufgeholt, Alter. Lass lappen sie. Also, wenn wir verlieren, sind wir noch größere, ne? Oh, leut. Oh, mal einer gegen. Oh, ich spiel ja wie so. Oh, leut. Oh, Jungs. So verteidigen. Oh, leut. Na. Steig bitte, bleib in der Mitte. Wollen wir gerade sagen, hau da mal einer gegen. Einmal kurz verteidigen, warte. Oh, fuck. Mann, die Mitte spielen, bitte. Oh, was zur Hölle? Leute, haltet den auf. Nein, nein, nein. Ich hab ihn weggeportet. Oh, sehr. Hattest du euch wirklich weggeportet, Alter? Oh, keine einer. Schade. Ja, ich wurde gebustet. Ich hab ihn geblockt. Ich habe geportet. Nein. Nein, das ist toll. Wollen wir gerade sagen, Alter. Nein, das ist immer nicht zu. LOL, hä? Oh, das ist ja voll umfällig, dass man mit dem Pümpel dagegen nichts machen kann. Was für den Hundesohn? Da hab ich gerade probiert, mit dem Pümpel was zu reißen. Träckiges Power, Mann. Ich kann der Pümpel da schon mal interrumpten, Alter. Interrumpter? Halt. Halt, Niko. Oh, scheiße. Fucking Wupp. Ajo, Hauptsache, ich flieg weg, oder was? Oh, nein. Ich bin zu. Ja, ich seh gar nichts mehr, Alter. Näh. Was? Mann, Alter. Was sind das? Was sind die jetzt für eine Kacke? Jetzt rieb ich wieder so halt auf die Fresse. 4-7, Mann. Dann gebt euch mal Mühe. Ich bin so bad. Ja. Nice, Niko. Ich verkack übel und dann kommt... Das sind sogar bester Befonger, Alter. Boah. Niko? Nein. Zwei Tore, wird ja wohl machbar sein. Ja, ist auch machbar. Krieg mal hin. Näh, fuck. Das war so schlecht. Oh, schade. Vielleicht kann ich den Pfeil rutschen. Und ich werde Angst hier. Näh, ich werde geportet. Ist das sogar... Oh, Mann. Da ist noch einer. Nein, ich bin... Fuck, ich komm da nicht dran. Nee, 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 nee. Ich muss grad sagen. Nein! Wer hat den hochgehofft? Wer hat den hochgehofft? Ich sag jetzt mal nicht, wenn ich was. Ach, Mann. Wir können hier nicht verlieren. Ach, Mann. Freckrotz. Das kann ich ja nicht wissen. Ja, damit sind wir jetzt noch größeren Ups. Yannick hat's gekocht. Wir sind verkackte Lappen. Lappen, Lappen. Yes, GG, sag ich das. Geht gleich weiter. Hallo, Erz, du kommst dir gut. Ja, fickt euch, Alter. Meine Ansage, wir sind zurück! Mann! Nee, Mann. Maul. Ja, nee, Mann, du. Weil ich schon lange hinten... Alles klar. Was ist denn das schon wieder? Nee, Mann, ich reiß hier einfach gerade nix. Ich... Ja, ich hab den mal kurz, ja, ich hab den mal kurz eingefroren, damit wir uns wieder hier sammeln können. Ja, ey. Hab ich. Der Ball ist doch gerade in einem checken Klimaproland nicht eingefroren, also... Nein! Nein! Du alt! Du alt soll dich jetzt nicht berühren hier. Mach mal. Ich wollte gerade sagen, Alter, hau den mal weg hier! Los, Nico. Musst du mich erst dampeln. Meine Chakren mussten sich öffnen. So, ich wollte gerade sagen, welcher von euch Idioten hat denn eben den zweiten Pümpel benutzt? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Huh! Dann hab ich... Gut, ganz sicher. Boah! Fuck! Sagen wir mal, der Ball zu uns kommt, der Ball. Komm zu uns! Jetzt! Jetzt! Alles gut! Haha! Sagen wir mal, der Ball wieder zu uns kommt! Oh, Leute! Nee! Ich wollte gerade sagen, interrupt dir den Hundesohn! Mann! Meiner! Ah! Ich muss geboostet! Ich bin fast gerade! Nee! Und dann werd ich auch geboostet mit in der Luft. Jo, ich flieg erst mal hier rum, ne? Das war jetzt geil! Oh, oh! Oh! Jo, bin da! Huh! Ich switche mal mit dem im Tor! Jetzt! Jetzt! Ja, nee! Da komm ich nicht dran! Der hat, äh... die Peitsche ausgefahren! Boostet! Jawoll! Nee! Nico! Oh! Fuck, man! Hätte ich den Fox dazu oder so gesagt! Ach so, du bist an dem vorbeigerast! Ich dachte eigentlich, dass du vor dem bist! Aber egal! I get him! Zumindest steht's jetzt hier nicht, äh, 5-1! Nicht so, die letzte Runde! Oh! Ah, nice! Wuuuh! Oh, wow! Das war ja jetzt... Nicht klatschen! ...rechte schwer! Kann man mal für klatschen! Machen! Kann man mal einen Scheibshaufen für geben, ne? Was? Ja, Goldenschreißer auf! Der zweite Runde! Für Nigo! Haha! Oh, loooool! Er soll mich anfahren, ne? Oh, looool! Oh, fast! Ich hab's geschafft! Ich bin mal zu still! Wuh! Oh, looool! Alter, was für ein Missgebot! Friedlin, nein! Nein! So, wieder ein Cross! Fuck! Der andere ist schneller! Da hätte ich das anders machen müssen! Ah! Ah, Alter! Jetzt musste ich dafür meine Handschuhe benutzen! Freeze! 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 Warte, ich bin auch vor dem Tor! Oder zur Verteidiger! Ja, nicht spring! Superstar! Oh, ich wurde gebotet! Ah! Ich hab kein Bus! Ich muss nur, dass es einfriert! Ich hab wieder die Stacheln! Und er gibt mir den Bus! Nein! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, nice! Ja, Digga, Alter! Das Tier! Hast du allein gerissen! Für das Solo-Play kann man mal klatschen! Haben die den dann selbst reingemacht? Durch den Wirbelsturm? Oder was war das gerade? Lol! Er macht ihn selbst rein! Alles klar! Endlich mal! Ja! Sollte man vielleicht mal... Ende davon erwähnen! Nein! Ich verkacke! Fuck! Fuck! Das war ich! Noch gerade so verteidigt! Was mach ich denn? Nein! Geht doch hier lang! Fuck! War das scheiße! Oh, lol! Lass sie nicht durch! Was? Lass sie nicht durch! Nein! Ich kann sie nicht aufhalten! Oh mein Gott! Ich kam da nicht an den Rand! Das hat doch irgendwie... ...vergneckt hier, Alter! Schwule Scheiße, Mann! Wir machen den jetzt direkt rein! Pass auf! Ich bin hier nicht! Komm! 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 Ja, truste doch mal in uns, Nico! Ich gehs! Oh, der ist immer noch, Alter! Wollte schon sagen! Äh, ich verteidige! Halt! Ich hole den Ball! Ich hole den Ball! Ich hole den Ball! Alter, der... Der ist... Der Leck, Junge, wieder hier! Oh, ich wurde geschubst! Der Leck, der ist... Der Leck, der Leck! Ich fahr da schon! Ja! Hä! Was? Hä! Wie? Was? 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 Alter, was ist das mal? Ich hab den Ball! Ich hab den Ball auf der Aufnahme drauf gespeist! Nee! Hab ich nicht! Ich hab's gefailt, weißt du? Spast! Oh, jetzt geht das richtig geil verteidigt! Jetzt mach den mal! Oh! Der bombt immer so schön, wenn man die Faust hat! Hopp! Ja! Verteidigt mach ich schön, oder? Ja, die kommen! Boah! Hast du... Richtig geil gemacht, oder? Wollte sie jetzt hier aufspielen! All die Schnauze! Jetzt aber! Ja! Ja! Eich, Janik! Hauptsache der ist drinne, Alter! Ohne Witz! Der kommt in mein Schuh! Eher die Matrix, Alter! Irgendwie da reindrehen! Und dann wollte ich Boost geben in dem Moment! Ah, Junge, Alter! GG! ALER PRINZEN! Und damit verabschieden wir uns! Tschüss! Tschüss! Tschüss!